Was bringt uns die B27? Die bringt uns Wertschöpfung und zwar für die Stadt, die bringt uns Wertschöpfung für das Gewerbe, für den Handel und es bringt Wohnqualität für unsere Bürgerinnen und Bürger. Für die, die jenseits dieser Straße hier wohnen, da geht es vielleicht dahinter an die B27, die haben Angst, ob sie nachts noch mit geöffnet und Fenster schlafen können. Die Bedenken sind schon gar, dass wir im großen, ganzen Verbrechen entzogen werden können. Wir haben den Eindruck, dass wir uns eigentlich darauf freuen, wenn wir mal losgehen, und wir auch dann, ja, die B27 hat auch mit der überfälligen B27.